Statine werden unter anderem zur Behandlung einer Hypercholesterinämie begleitend zu einer Diät eingesetzt, wenn eine Nahrungsumstellung allein nicht erfolgreich war. Die Cholesterinsenker können jedoch zu verschiedenen unerwünschten Wirkungen führen. Ein Beispiel ist ein Mangel an Kohlenzym Q10. Statine hemmen die HMG-QA-Reduktase. Die Arzneistoffe unterdrücken die Cholesterinbildung, was mit einer verstärkten Aufnahme aus dem Blutplasma kompensiert wird. Der LDL-Spiegel im Blut sinkt. LDL ist hauptverantwortlich für den Großteil der cholesterinbedingten Schädigungen. Simvastatin und Co. werden in der Regel abends eingenommen, denn in der Nacht läuft die körpereigene Cholesterinsynthese auf Hochtouren. Zu den unerwünschten Arzneimittelwirkungen zählen unter anderem Muskelschmerzen, Myopathien und Rhabdomyolose, ein Untergang der Muskelzellen. Das Risiko ist dosisabhängig. Betroffene klagen über Muskelschmerzen, Empfindlichkeit oder Schwäche, bei gleichzeitiger Erhöhung der Kreatinkinase. Q10 kann den Beschwerden entgegenwirken. Das Chinonenderivat ist ein Substrat der Atmungskette und durch Beteiligung an der oxidativen Phosphorylierung maßgeblich für die ATP-Synthese verantwortlich. Fehlt UB-Chinon 50, fehlt es auch an Energie, für die Herzmuskelaktivität, die Muskeln und die Gehirnfunktion. Die körpereigene Substanz wird, wie Cholesterin, in der Leber produziert und hat den gleichen biochemischen Reaktionsweg. Weil Statine die Cholesterinsynthese hemmen, unterbinden sie also auch die Produktion von Coenzym Q10, da Ausgangsstoffe für die Biosynthese des Coenzyms nicht in vollem Maß vorliegen. Öliger Fisch, Nüsse, Innereien, Hülsenfrüchte, Rosenkohl und Brokkoli zählen zu den Q10-Lieferanten. Pro Tag können zwischen 3 und 5 Milligramm über die Nahrung aufgenommen werden. Außerdem nimmt die körpereigene Q10-Synthese bereits ab dem 30. Lebensjahr ab. Hier liegt die Krux. Denn vor allem ältere PatientInnen werden häufig mit Statin behandelt, was die Abnahme der Q10-Konzentration zusätzlich fördert. Diskutiert wird eine Reduktion von bis zu 50 Prozent oder einer Statin-Therapie. PatientInnen mit einem erhöhten Bedarf können täglich 100 Milligramm Q10-Substituten mit einem erhöhten Bedarf können täglich 100 Milligramm Q10-Lieferanten.